ja ein herzliches willkommen zurück zu einer neuen folge change wird fünfte denn spät das hier auf dem pc wir befinden uns hier auf der strecke hamburg lübeck im lübecker betriebswerk und dieses mehr so ein info video als dass ich euch hier eine große fahrzeug möchte sondern ich möchte euch hier wirklich ein paar wunderschöne repaints zeigen und ein paar besonderheiten für die taurus br 187 wie ihr seht bunte farbenmischung genau fangen wir mal vorne an würde ich sagen und zwar hier vorne mit dieser wunderschönen railpool lackierung sieht er sich schon stark aus und dann das finde ich wirklich eine wunderschöne lackierung genau das ist hier eine ganz normale zwei panto version die gibt es aber auch natürlich in der vierer panthos vierer panto oder dreier das jetzt vier oder eins zwei drei wir können ja gleich mal alle aufrüsten wenn ihr wollt zumindest soweit dass wir die panthos gehoben werden wenn nicht sogar schon gehoben sind ja dann haben wir hier vorne die m r c variante auch mit mehreren panthos oben drauf genau wie seht das hier 1 2 3 4 stück wunderbar wirklich traumhaft dann aber hier die ganz normale rote lackierung so wie es sie auch gibt beim tsw auch mit mehreren panthos oben drauf auch 12 34 dürften das sein genau dann haben wir hier die ganze die smooth version also wirklich komplett glatte außenhaut die hat allerdings nur ihre ganz normale zwei panto version das gleiche aber dann hier auch die smooth version aber auch im ganz normalen zwei vierer panto version hier haben wir dann noch mal die m r c version mit zwei panto version und hier aber dann auch mal die m r c mit den mehren panthos also das ganze gibt es natürlich auch auf der seite chain sim community punkt de dieses repaint pack und ich finde das ist wirklich wunderschön das ist wunderschön sehr schön gewonnen kann man nur so sagen ja die gibt es da schon etwas länger aber ich wollte euch das trotzdem mal zeigen damit ihr das auch mal seht link zu dem ganzen mod packe ich euch natürlich in die video beschreibung genau das war es erstmal soweit von mir wir können das ganze ja mal kurz ohne foto modus machen und ja so sehen wir halt ohne foto aus hier ist 117 182 20 176 und 200 wunderschön wir können ja mal eine aufrüsten die mehren panthos hat können wir mal versuchen wobei das immer so eine sache ist die um die 87 aufzurüsten das ist wirklich klasse für sich das muss man einfach mal so sagen klasse für sich so eine führerschaft ist aktiviert eigentlich so ein bisschen Wie kann man Yaki nochmal die 8b einstellen, wisst ihr das noch? Wie ging das denn nochmal? Wer soll nicht? Wie könnte man bei der Lok nochmal die AFP einstellen? Geht doch eine Höchstgeschwindigkeit von 140 kmh, ist jetzt aber nicht die allerschnellste. Also die 187 aufzurüsten, das ist eine klasse für sich, das ist wirklich höhere Physik glaube ich. Aber die AFP möchte ich ja auch gerne einstellen. Falls das in irgendeiner Weise möglich ist, muss ja irgendwie möglich sein. Man muss ja an dieser Lok irgendwie die AFP einstellen können. Das muss ja irgendwie wirklich sein. Ich weiß allerdings auch nicht wo. Ich bin ja auch schon lange nicht mehr gefahren ehrlich gesagt. Also wenn ihr da eine Idee habt, ich weiß jetzt gerade leider nicht. Vielleicht liegt es auch daran, dass wir den Richtungsveränder noch gar nicht verlegt haben. So. Ich bin ja auch schon mal. So, Signalleuchten, so pizipiert haben wir auf jeden Fall mal geändert. So, let's see if we can. gute frage aber ihr habt auf jeden fall jetzt die repenting die repenting das repent pack gesehen wo wir jetzt die afb für den für die lok ist weiß ich jetzt so gerade auch nicht naja auf jeden fall ihr kennt wissen wir das ganze wo ihr das ganze findet und wie das ganze aussieht das wollte ich euch eigentlich zeigen ich hoffe es hat euch gefallen wenn ja lasst einen daumen nach oben da wenn nicht macht wie immer gar nichts passt auf euch auf eine schöne zeit hat ein schönes wochenende und ja ihr hört mich dann spätestens heute abend im live stream ab 20 30 seid pünktlich seid zahlreich da ich würde mich freuen bis dahin euer den spiel das war drei tschau servus und tschüss